Unter dem Motto, die verborgenen Potenziale der mittelgroßen Städte, fanden vom 19. bis zum 21. September in Rostock die 42. Inter-Weltkonferenz für Stadtentwicklung statt. Sie wurde gemeinsam vom Internationalen Stadtentwicklungsverband Inter, dem Deutschen Regiopolen-Netzwerk und der Hanse- und Universitätsstadt ausgerichtet. Experten aus Regiopolen von 20 Ländern waren eingeladen. Unser weltweiter Verband besteht aus 60 Mitgliedern, die in 60 verschiedenen Ländern leben. Wir organisieren jährlich mehrere Kongresse. Die kleinen Großstädte sind dabei unser diesjähriger Schwerpunkt. Dabei ist wichtig, wie diese sich darstellen und wie die kleinen und großen Städte im Vergleich zu Metropolen profitieren. Dafür ist Rostock ein ausgezeichnetes Beispiel, um gute Beziehungen zwischen Metropolen, kleinen Großstädten und ländlichen Gebieten zu schaffen. Weltweit liegt die Konzentration auf solchen Beziehungen. Schon seit 1991 wird die Hanse-Stadt von der Inter begleitet. Rostock ist eine aufstrebende Stadt mit großer Wirkung auf das Umland und wurde deshalb auch zum Austragungsort der diesjährigen Weltkonferenz. Rostock ist also von jeher als eine Stadt um 200, 250, 300.000 Einwohner geplant worden. Wächst jetzt, entwickelt sich, hat qualitatives, quantitatives Wachstum, bereitet den Quantensprung vor. Damit sind wir international in die Aufmerksamkeit geraten und wir können jetzt mit Partnern aus dem In- und aus dem Ausland beraten, wie Rostock seine neuen Entwicklungsschritte gehen soll. Und andererseits wollen die anderen Städte und Nationen von uns lernen, wie dieser Stadttyp mit seiner spezifischen Eigengesetzlichkeit funktioniert. Denn letzten Endes sind wir ein überzeugendes Beispiel für eine Stadt, die also ein gutes Zuhause für über 200.000 Einwohner bietet. Rostock entwickelt sich dynamisch. Hier wird viel investiert, zum Beispiel in die Austragung der Bundesgartenschau 2025. Und gerade konnten die Einwohner über mögliche neue Wohnungsstandorte abstimmen. Die Ergebnisse der Online-Befragung werden in einem Zukunftsworkshop am 29. September in der Nikolaikirche diskutiert. herein Wachstum